Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Von Anfang an war die Go-Profit-Karte ein absoluter Renner. Und die enorme Nachfrage nach unseren Sonderangeboten konnte zum Teil kaum entdeckt werden. Fast alle von Ihnen waren an diesem grossartigen Erfolg beteiligt. Darum zum ersten Mal ein ganz herzliches Dankeschön. Ab sofort wird aber alles noch besser. Denn von jetzt an gibt es Go-Super-Karte und das heisst nichts anderes als Profit plus Prämien. Sie profitieren wie bisher von den Go-Profit-Angeboten, kommen aber neu mit der Super-Karte zusätzliche Super-Punkte für originelle Prämiengeschenke über. Für jeden Einkauf ab 10 Franken werden Ihnen Super-Punkte gutgeschrieben und Ihr Punktekonto wird grösser und grösser. Die Punkte werden an der Kasse aufgerechnet und Ihrem Konto sofort gutgeschrieben. So können Sie den aktuellen Stand gerade auf dem Kassenbon ablesen. Damit das Punkte-Sammeln für Sie noch attraktiver und spannender wird, informieren wir Sie da im Go-Studio und in den Inseraten jede Woche über spezielle Aktionen für zusätzliche wertvolle Super-Punkte. Jetzt möchten Sie natürlich wissen, was diese Punkte eigentlich wert sind oder anders gesagt, was es dafür gibt. Im Super-Katalog sind auf 130 Seiten mehr als 500 ausgesuchte Prämiengeschenke aufgeführt aus dem Bereich Sport, Garten, Reisen oder für Kinder. Auch allerhand Praktisches fürs Wohnzimmer, fürs Büro, Küche oder das Bad und vieles mehr können Sie mit Ihrer Super-Karte bestellen, vorausgesetzt, Sie haben genug Punkte auf Ihrem Konto. Die bestellten Produkte schicken wir Ihnen dann gratis nach Hause. Und noch etwas Praktisches erwarten Sie. Super-Box, ein Info-Terminal, das neu in jedem Go-Bladen steht. Einfach die Super-Karte gegen das Lesefenster halten und schon sehen Sie, wie viele Punkte Sie bereits auf Ihrem Kartenkonto haben. Die Super-Box ist so einfach zu bedienen wie ein Bankomat. Und Sie kann noch mehr, Rezepte ausdrücken zum Beispiel. Oder, wenn Sie wollen, können Sie da auch direkt Ihre Prämiengeschenke aus dem Katalog bestellen. Sie sehen eine tolle, sachte neue Super-Karte von Coop. In den nächsten Tagen ist sie zu Hause bei Ihnen im Briefkasten zusammen mit dem Super-Katalog. Und am Donnerstag, am 18. Mai, können Sie sie dann in allen Go-Bladen und in den Bau- und Hobby-Märkten der ganzen Schweiz einsetzen. Wie immer jetzt an dieser Stelle, T weise auf ein paar besonders interessante Aktionen. Auf dem Muttertag offeriert Ihnen unsere Blumenabteilung den schönen Muttertag-Strauss für 16,90 €. Und Tempopapier-Nastüchchen gibt es als 3 für 2 für 37 €. Mit der Go-Profit-Karte gibt es ein Rauchbrot zum halben Preis, denn Sie wissen ja, Go-Profit-Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Und sollte am Muttertag da und dort so etwas passieren, denken Sie daran, das Wichtigste sind ja schliesslich Blumen. Das war es für heute. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Vielen Dank.